Psychologisches Diagnose, Bekämpfungs- und Vollstreckungssystem, Dominator, aktiviert. Wir beginnen jetzt mit dem Plan. Eine Einheit des Amts für internationale Ermittlungen im Außenministerium, bekannt als Peace Breakers. Sie sind jetzt in Japan. Die Gelegenheit für uns sind zu erledigen. Die Stronskaya-Papers. Damit kann Sibyls Einfluss auf die gesamte Welt prognostiziert werden. Warum bist du wieder zurückgekommen? Wären sie zurückgekommen, wenn ich sie gerufen hätte? Welches Ziel verfolgt Tonami überhaupt? Was will er mit den Papers anstellen? Gerechtigkeit und Wahrheit sind komplexe Gebilde. Manchmal muss man sie von oben betrachten, um sie gänzlich zu verstehen. Aber dennoch glaube ich an dich und dein Streben nach dem, was richtig ist. Konzentriere dich darauf, das zu tun, was du tun musst. Der General ist im belobten Land. Solange Menschen von Menschen regiert werden, wird das sinnlose Töten kein Ende nehmen. Die Dominator sind unbrauchbar und wir stehen unter Beschossen. Geh, ich regne, lass hier. Beschütze Tsunemori. Die Menschen haben einen allmächtigen Gott namens Sibyl erschaffen. Doch es sind auch die Menschen, die diesen Gott töten werden. Sie werden nach dem Gesetz gerichtet werden. Dort, es ist schrecklich. cosine eine Untertitelung des ZDF, 2020